Hallo, ich bin Livius. Ich zeige euch jetzt, wie eine Enki-Overdrive-Bahn hinterher aussieht. Ich mache es mit Papier, weil ich diese nicht habe. Ich habe nur das Set. Diese roten Teile sind in dem Set. Da habe ich nämlich die zwei Erweiterungsstücke nicht. Die sind dann blau. Das sind die Erweiterungsstücke. Jetzt zeige ich es euch einmal. So, die Erweiterungsstücke kommen einmal. So. Dann kommt ein nächstes. So. Dann kommt das nächste so. Danach kommt schon, ja was, das kommt so. Genau, jetzt habe ich das nämlich so. Jetzt kommt eine Brücke. Das sind so Brückenpfeiler, wo das auch so gehen kann. Also hier ist oben, da sind die Brückenpfeiler. Kann auch so gehen. Jetzt kommt's. Das machen wir nämlich hier so hin. Dann kommt nochmal sowas, was ich gerade eben gezeigt habe. Und das so. Und jetzt kommen hier die Kurven. Das ist, das hängt so. Hier geht es da. Dann geht das so. Dann kommt das, dann kommen die zwei Geraden hier so hin. Und dann können wir die Autos starten. Das sind einmal Skull und das ist so ein blaues Auto. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Da kann man noch andere noch dazu kaufen. Das sind insgesamt sechs Autos, wenn man alle gekauft hat. Und diese Bahn ist dann eine. Da braucht man ein Erweiterungsset für Kurven. Vielen Dank. Ciao, ciao.